Yo! Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Hier muss es irgendwo die Quest geben. Da unten, das sieht aus wie so ein... Berate dich mit den Göttern. Sag mal, was ist denn jetzt? Dann irgendwo da drin. Keine Ahnung, warum das jetzt oben nicht mehr angezeigt wird. Tür, Herr der Zwinger! Klare Augen, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Ihr Narren! Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tür, du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein. Doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Im Moment sind es die Jötter, die uns Ärger machen. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Tor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Kommt mit. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Du hast den Baumeister gesprochen und seine Arbeit gesehen? Das habe ich. Und das heilige Wasser? Wurde es benutzt? Das wurde es. Du bist heute nicht sehr gesprächig, Harvey. Ja. Allerdings. Diese Zeichen sind deine Krieger. Und hier haben wir... Schluss mit dieser Zauberei, weil... Zeig mir nur, wo der Feind ist und ich kümmere mich um ihn. Harvey, du siehst besorgt aus. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Einbringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten. Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Lasst uns erst einmal... Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Hm... Kumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, neun Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei. Und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Er müsste dumm oder verrückt sein, um zuzustimmen. Du unterschätzt kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Er wird keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Huhnenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Du wolltest, dass dieser Handel stattfindet. Wir sind Aesie. Sie Teil der Warnier. Vorsicht! Haltet Abstand! Der Wolf! Scheiße. Ach nee. Ich hole ihn mir. Wie soll ich mir den jetzt holen, Alter? Alter, ist der schnell. Der Wolf gehört mir! Zurück! Ich schnapp' ich mir! Da komm' ich anders gar nicht hinterher. Geh aus dem Weg, Mann! Ich schaffe meine Achse und meine Zähne. Geh aus dem Weg, Mann! Kämpft nicht gegen das Bich! Überlass es mir! Boah! Bist du mein Untergang? Bist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Ich bin der Wiedergänger. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben! Alter, das ist ja ein ganz schönes Vieh, ey. Boah, aber das ist scheiße. Da muss ich immer neu zentrieren. Boah, komm ey. Dieses Buddeln ist doch Käse. Hallo! Och! Ja gut, das schafft mir aber Zeit. Komm her! Ja, der ist schnell unterwegs. Mein Gott, das Ausweichen. Komm her! Ja, das müssen sich recken in der Zeit. Komm nicht mehr an den Rang! Komm nicht mehr an den Rang! Ach, komm ey. Ich kann das nicht nachvollziehen, wann ich genau ausweichen soll. Nee, das klappt nicht mehr, ey. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Der springt immer zu weit weg Komm her, komm her Guck raus Mein Gott Diese Kameradrehung, ey Macht er denn jetzt noch, Mist? Ja, ich müsste noch den Hinterläufer erreichen Langsam muss ich mir aber auch mal Gedanken machen hier Okay, jetzt gibt's hier Jo, ist klar Jo, einfach nur noch drauf Wenn's irgendwie möglich ist Markier ihn doch, mein Gott Ey Komm, hau drauf jetzt Jawohl Oh, so Ich habe dich gewahrt und sieh, wohin es nicht führte Nicht töten Harvey, nein Halte ein, Harvey Geh mir aus dem Weg, Loki Du hast geschworen Nie mein Blut zu vergießen Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun Das ist mein Blut Was? Er ist mein Sohn Was? Bastard Tyr, du magst diesen Wolf Du wirst sein Wächter sein Bring ihn nach Lüngvi Binde ihn fest Er darf die Insel nicht verlassen Ich spreche mit dem Zwerg Evaldi Würge eher eine dauerhaftere Lösung finden Komm, Junge Fürchte dich nicht Hätte man doch mal eher sagen können Der Tag der Abrechnung kommt Oh, daran besteht kein Zweifel Hörte zum Wolfsclan, oder wie? Der Himmel verdunkelt sich wie ein schlechtes Omen Meine unmögliche Aufgabe wird immer dringender Aber das Handling ist einfach schlecht für solche krass starken Kämpfe, muss ich ehrlich sagen Der D-Markiert und nimmt es wieder aus dem anvisierten Ziel raus, wie er gerade möchte Das ist ja eigentlich das Schlimmste, dass das mit diesen Zielen einfach nicht funktioniert Ich meine, wenn er sich einbuddelt Klar, irgendwie hast du dann ja eigentlich aus dem Fokus verloren Aber es ist einfach trotzdem Ultra nervig Du bist ja mehr beschäftigt dann irgendwie das wieder ans Visier zu bekommen Als alles andere in dem Kampf Und teilweise funktioniert es dann nicht immer Ja, na gut Ich brauche auf jeden Fall noch einiges an Lebensenergie für Die krasseren Kämpfe hier im Spiel Aber wir müssen beim nächsten Mal erstmal weiter mit Asgard machen Denn hier werde ich auch fertig werden Wenn du sagst, nicht